vermehren kann also mit Glowstone, das hab ich gedacht so was ähnliches für die Decke für die Decke? ja das wären jetzt die zwei Vorschläge die ich jetzt so hätte ja also Karo Muster komplett ähm ich hab mal ne andere Idee äh welche Farben naja du magst ja nicht so gern die Farben nicht wirklich ähm oh das war das falsche genau was ich abgerissen hab ähm dürfen wir die Schafe jetzt scheren? ja 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 das weiß es ja dürft ihr schon lange wieder alter wie sieht das denn aus oh das ist schon zu weit was tut ihr hier? wen meinst du? achso ja wir testen ein paar Sachen für den Boden aus hast du auch noch ne Idee? anderthalb Stunden äh anderthalb Stunden ist glaub ich schon untertrieben ich glaub ich glaub ich glaub ja einen größer ich glaub das sieht ein bisschen besser aus weil wir wollen ja auch noch was? einen größer? äh das war jetzt einfach nur ne Idee mal so wie das wirkt mhm ja Wasser ist weg ne oder? wau was ist da nico? ne ich hab mir gedacht was Wasser noch da ist ich weiß auch noch springen eigentlich so äh geht egal ich ist oben ja dicht und jetzt was ist mal zu Stefan? na das sieht ich find das kleiner sieht besser aus ich find das wird zu viel dann ich find das wird zu viel dann was meint die anderen dann? könnt ihr mal herkommen? weil da über Farben vor äh so Farben und Materialien da kann man nachher ja noch überlegen nur halt jetzt es geht jetzt erstmal ums Muster wir haben Brau noch gar nicht egal das lohnt sich nicht ja Hexer Green Ike falls du in der Stadt bist hehehe ähm Hexer ah so was meint ihr? welche Form also wirklich Form sieht besser aus so wie hier oder so wie hier den Teppich in der Mitte lassen wir es geht jetzt nur drum welche Form besser aussieht und die Umrandung machen wir auch weg also die schwarze hier Hexer was meinst du? also jetzt wirklich nur die Form Farbe ist scheißegal und Material das können wir alles noch ändern ähm ich würd schon die etwas größeren sagen ich auch ähm ich bin auch noch überlegen ob man vielleicht irgendwie einen Kompromiss zwischen beiden machen kann ich schau mir jetzt auch mal an ähm ja deswegen ich bin ja mal überlegen weil ich finde diese kleinen hier das wird einfach zu viel weil das über die ganzen Fläche da wirst du bescheuert weil wir wollen ja was du wahrscheinlich gar nicht weißt wir wollen ja hier in den Ecken auch noch so kleine Sitzecken hin machen wo man halt wenn man aussteckt Koffer packen kann äh so packen genau ähm abstellen kann und sich nochmal einen kleinen Augenblick hinsetzen kann wenn Taxi oder Bus oder so noch nicht da ist nach dem Motto ooooh ooooh ja du musst immer das ein bisschen ich würd gar nicht erst kariert nehmen hast du ne andere Idee ich fand das eigentlich mit den Linien vorne gar nicht so schlecht da was vorher hier war weißt du oder mit dem Sion da ja ja gut die Farbe da hätte man drüber streit äh sich noch äh ja das ist halt ein bisschen Muster so nicht nur kariert weil kariert äh gibt es eigentlich viel zu oft schon irgendwo bei irgendwelchen Bauten das kann man oben vielleicht für die Flure machen kariert ich weiß gar nicht kariert aber auch für ein Hotel kariert was für ein Hotel willst du kariert nehmen ja gut es haben viele Hotels äh so mehrere Hotels ja ähm sonst manche haben auch einen komplett einfarbigen Boden und da hinten ist ein blaues Schlag ja sonst äh Stefan helfen wir mal ganz kurz hier diese Seite abreißen weil diese kleinen die wollen wir ja gar nicht nehmen ähm es ist halt jetzt nur die Frage ob wir vielleicht noch irgendwie ein anderes Muster finden weil eine Idee ist mir jetzt nämlich noch gekommen ihr könnt erstmal mal wieder weggehen erst nochmal wieder gerne ranschaffen ähm jetzt erstmal nur die Frage achso äh so äh wie warst du denn das? äh ja ich hab bestimmt was aufgesammelt ja 41 so hast du zwei Rot? Nein fuck äh äh Alter ist hier viel Wolle drin so zwei Rot zwei Rot du kannst echt nicht zählen also sorry ja das ist nur diese kleine bisschen da schau mal wir haben neue Farben ja ich hab's schon gesehen ich hier Alter du hast doch gelitten so ähm ähm dafür welche weiß und was kann man da noch nehmen gut das Pink sieht lustig aus Pink? dann kannst du gleich schwul nehmen schwul ist ne Farbe? ja also also ich würd wirklich sagen ein von diesen was ist lesbisch für ne Farbe? äh rosa ich bin für lesbisch neugierde ja ich auch aber ähm ne jetzt ohne Scheiß ähm rosa rosa ist wirklich eins von beiden lesbisch oder schwul eins von beiden weiß ich nicht mehr genau ähm ich will nochmal überlegen was sieht besser zu weiß aus? die beiden Herrgott preise die Mute-Taste ja ähm ja ein von den drei Farben ich glaub das orange wird zu bunt das wird komplett zu bunt das wird komplett zu bunt oh lesbisch oh lesbisch oh Hexer was meinst du? das hellblau Schatten also es ist dies hier ja Stefan? ja was von beiden findest du besser? farbentechnisch jetzt erstmal nur? mhm weder noch welche würdest du denn zu weiß nehmen? ich weiß ich nicht wie wärs mit dunkelblau? dunkel? also normal blau oder was? oder dunkelblau? dunkelblau! also glaub ich ja nur was dunkel wär das hier ja ja deswegen dunkleres gibt's glaub ich gar nicht also das hier meine ich jetzt ne ja also das mach ich einmal und ja gut äh das hellblau da brauchen wir aber noch mehr von dann chris was du denn? du meinst das zyron ja oder wir nehmen dir zyron ne das ist schon zu hell das zyron das zyron ist dunkler als äh das hellblau wir wollen ja jetzt ja dies hellblau und normalen blau was du vorhast ja das normalblau ja ich bin im überlegen ja gut mach ich einfach ähm äh äh da schon wieder äh so lalalala Maik hat's mich mal auch mal gegeben ähm ich bin immer noch für diese Säulen das ich finde die Idee nicht gar nicht mal so schlecht ja das Muster war ein bisschen zu bunt ja ich bin mal im überlegen ich könnte ja nicht den ganzen Raum mit 4-5 verschiedenen Farben dicht klatschen oder? äh ne wollte ich eigentlich gar nicht ich wollte den Rest dann weiß dahinter dann haue ich wirkliche Redstone-Torches an die Wände weil ich wollte eigentlich so gesehen hier halt weiß äh ups die Umrandung halt das war halt die Idee von vorhin äh und hier hinter dann alles wieder weiß dass so gesehen halt nur dieser Rahmen anders ist die Säulen halt hier in der Mitte ja aus was? da hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht das dauert noch weichen doch nicht joo wieso wie gesagt hauen wir zwei Folgen am Tag raus und dann hat sich das was ist Stefan? auf deiner Halbinsel macht hier auch so ne komische Silnesecke jedes Mal bei jedes Mal? ja nicht jedes Mal aber dann müssten die aber ein bisschen größer sein also ich bin mal am überlegen ähm ah eine Idee hab ich ach warum mach ich das eigentlich hier hinten? äh hier war die erste denn glaube ich mei ey ich kann heute nicht mehr ich kann jetzt nicht mehr bauen gerade tja müde? das ist ein großes Problem ich hab keine Ahnung soo alter was? da haben wir zu bekloppt hä wieso hier in der Mitte ist doch eh ein Pfeiler das ist jetzt nur mal ganz kurz ne Idee sowas werden so die 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 Flagge so weiß blau schweden warum haben wir hier so viele rote Schafe? weil wir die für den Leuchtturm eigentlich haben wollen ja weiß ja auch ja nur weiße Schafe haben wir glaube ich gar keine mehr oder nur eins ne wir haben keine weißen Schafe mehr soo doch eins nein ich glaub das haben wir mittlerweile auch schon nicht mehr nein das hab ich gerade geschauen soo na gut wir haben noch ein weißes Schaf cool mach mal mehrere draus ne ich würd grad sagen vermehrt die sowieso mal ja zauber muss ja nicht gleich aber ähm Stefan kannst du mir mal ganz kurz so einen Stack weiße Wolle oder zwei am besten ey nimm die Kleider weg waren versehen oder am besten zwei ich glaub einer reicht gar nicht mehr was? das sieht bei mir gleich aus wie das blaue Wolle ist oh lass die weiße Schafe mal in Ruhe wir machen nur mal die Farbigen damit wir wissen wie viele davon haben Tobi? 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 ey was ist? ich bin für diese Farbe hier was ist das? DRECK! genau du mich auch du mich auch so und dann Graf voll egal äh ey grün ist das ne Farbe da mal da zack 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 Hex du hast irgendeine Farbe vergessen die da wäre die da wäre keine Ahnung sind 13 nur so ja braun fehlt auch ähm kommt immer ganz kurz her da kakaobohnen wir brauchen noch braun so denn ist das auch nicht ganz so bunt ähm bis jetzt haben wir ein weißes Schaf ein weißes Schaf die waren mal alle weiß jahre die waren mal weiß wer hat die angepinkelt? was nen gelbes? tllllll so ähm angelegt und ich doch nicht und so war das gerade beim nächsten Mal hörst du doch so meine Schmerzen schrei wie ich gegen Elektrozaun pinkel Aua das tut weh hey du bist das sowas für blöde oder? ach ja, da kannst du reden ne? wenn zum so einen dummen Witz geht boah alter irgendwie das wird voll dunkelbirne so in etwa halt und hier dann halt vielleicht ne kleine Sitzecke hier dann vielleicht noch eine irgendwie muss man halt gucken wo man die Sitzecken hier hinsetzt verbinde die doch nee ich wollte nicht unbedingt so große machen also man kann die ja noch um einen hier ausbreiten ich wollte jetzt mal stumpf behaupten wir haben zwei weiße Schafe so kann man ja vielleicht eine größere hier ey du geh mal direkt ja sofort also es geht jetzt erst mal ums Muster ja deswegen gib mal 3 ja hier ach warte die 6 kannst du auch noch mitnehmen so ähm ach alter wir haben ja noch derpste Probleme eigentlich müssten wir wirklich mal Creative Mode anmachen dass wir das von oben alles sehen so meinte dass du die nicht direkt verbindest sondern ähm ein weiter auseinander würde ich aber schon machen oder oder aber ganz kurz äh wenn man das warte ich hole mir nochmal einen neuen Dreck haha warte na hat mein Dreck wahrscheinlich äh na hier ist noch was so ähm hast du das einfach auseinander gemacht okay so dass man ja vielleicht sagt hier so den nächsten dran geht er wieder in den Tisch und ist wachst du hier gegangen? äh äh ja wachst du weg das wird denn hier hinten zu dicht an der Wand würd ich sagen wieso du willst doch sowas so die Wand da hinten dicht machen die machen wir genau aber ne wenn du ihn genau machen willst dann musst du hier sowas so eine Reihe freilassen von da wirds ja aufkommen ja stimmt dann kommt das haar genau auf ja dann ist jetzt aber erstmal die Frage wegen dem Muster kommt die mal im ganz kurz jetzt her weil ich glaube wir haben jetzt eine Möglichkeit äh was gefunden oder Stefan? was meinst du? ja ja oder hast du noch einen Verbesserungsvorstag oder eine andere bessere Idee? nö wenn dann so wie rechts aber nicht wie links ne links ich mein jetzt auch rechts ich mein jetzt auch dies was wir jetzt beide so gesehen zusammen geausarbeitet haben ja dann ja oder meine ganz tobe Frage Mike hast du denn ne Idee?